Mehr Vitalität, mehr Freude, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Durchhaltevermögen, der eigene Blutdruck sinkt und wir haben mehr Energie. Wie schafft man das? Einfache Möglichkeit. Hast du gewusst oder was denkst du? Also, eine Minute ärgern schwächt das eigene Immunsystem für circa vier bis fünf Stunden. Stell dir das vor. Und manchmal ist es ja nicht nur eine Minute. Wir ärgern uns ja über andere Dinge länger. Wir sehen eine Schlagzeile, wir sehen irgendetwas oder jemand kommt mit Negativität auf uns zu, ärgert uns oder wir ärgern uns. Eine Minute ärgern fährt unser gesamtes Immunsystem für vier bis fünf Stunden in den Keller. Wir sind geschwächt, wir sind dann auch bereit für Angriffe. Angriffe können dann kommen, wir sind nicht mehr geschützt. Durch eine Minute ärgern, vier bis fünf Stunden lang. Eine Minute Freude bringt dir, wenn wir eine Minute am Tag Freude haben, richtig herzhaft Freude haben, dann stärken wir unser gesamtes System für circa zwölf Stunden. Zwölf Stunden ist unser gesamtes System gestärkt, wenn wir nur eine Minute Freude haben. Stell dir vor, du hast fünf Minuten Freude. In einer Studie hat man herausgefunden, mit mehr Freude und Begeisterung läuft man länger. Das heißt, bei Sportlern hat man das untersucht. Sportler, die Freude haben, die positiv eingestellt sind, die gut drauf sind, laufen schneller und länger. Und Freude wirkt auf das gesamte System. Blutdruck sinkt, Vitalität, leistungsfähiger, kräftiger, stärker. Und du findest unten einen Link, da kannst du dich eintragen für den Powerkick zum Wochenstart. Da kommen immer wieder Möglichkeiten, kostenfreie Angebote, um innere Freude aufzubauen und zu stärken. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis bald.